Hey, das war meiner! Wenn es geht, ich hab schon einmal gecatchert. Der ist da. Leute, guck, 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 guck mal! Ich bin alter Wallhacker, guck mal! Ich bin alter Wallhacker. Ah, die Kamera, der Wallhacker. Oh, die Fahna macht auf. Die Fahna. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Oh, scheiße. Okay, das ist okay. Kali läuft hier rum. Da liegt der Diffuser. Da liegt der Diffuser. Die Boss geht. Die Boss? Die Boss. Da liegt der Diffuser auf jeden Fall. Leck wird. Da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Das ist rechts, nicht links. Ja, rechts meine ich ja. Du weißt ja wo ich... Die Boss geht, Dekker, die Boss geht. Die Boss geht einfach. links 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 rechts 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 durch die tür durch das loch und da war ja kannst du auf die das akut machen dass du range hast dann kannst du leute mit ich habe gerade zwei leute wird gesnipet mit einer one shot sniper shotgun deck pass auf oben wieder was bei mir hat er nicht schon da oben angezeigt bei mir auch nicht wobei er bei mir hat er noch nicht oben war auch nicht oben der war bei mir auch kein bisschen oben bei mir war der immer noch geduckt und hinter diesem schütten weiter johann der stelle einfach neben mir mit dem kopf ich habe hier fast der schon gedrückt der macht es auf das hat funktioniert ich habe keine ahnung wie geht das war doch kein headshot ich habe mich so erschrocken ich habe mich so erschrocken das geht das geht wenn ich mich erschrocken habe ich habe mich erschrocken digga du hast ihn einfach fünfmal nebeneinander ich war fünf Minuten neben dir ja ich habe mich aber übel jetzt habe ich meinen fehlern ich habe mich aber übel ich habe mich aber übeln ich habe mich einfach im Fallen gespottet ich bin so eine legende im Fallen gespottet ich finde es lustig dass der Bodytyp einfach komplett auf deiner Seite ist und nichts abgeht der Blackfield läuft einfach so rum komplett lässig warum lehnt er sich nach links oder rechts rum er ist einfach so rumspalziert und abgekleidet ich finde das so schön weil dich hier überall in den ganzen Raum reinviewe suchen lassen ich echt toll ah super und der mit den Null Dings der Mute Noob spielt Mute der hat noch kein einziges Mute Teil platziert ist das dein Ernst? ich meinte dein Ernst der hat noch kein einziges Teil gemutet was ist denn das hier? was ist denn das hier? wo bist denn du? queer why the fk why the fk you don't mute if you play Mute why the fk you don't mute if you play Mute taf er an die Tür ist das dein Ernst? ist das hier sein Ernst? Du nimmst das raus jetzt mal bitte komm Was ist das Ist noch nicht verstanden Ich bin überlegen ob ich einen headshot gebe weil ich einfach meinen champ verteidigen muss Du bist einfach ein Ehrenmann Das mach ich mir als Klingel tun Das hat er einfach nur verdient gehabt Das hat er einfach nur verdient gehabt Einfach nur wegen Dummheit Und jetzt gewinnen wir noch die Runde Und dann ist alles klar Du musst normalerweise Normalerweise musst du das noch mal Kittel zeigen Das was er da vorne gemacht hat Also eins hab ich schon kaputt gemacht Aber auf zweiter nicht genug Kittel weißt du was er gemacht hat? Du bist muted Du bist muted Ich geh halt vor dir glaube ich Irgendwo hier im Gang entlang Der hat gerade einen Fetscher geworfen Also Fetscher hat schon Fetscher hat schon an den geworfen Sehr schön Das finde ich auch schön Bei mir ist einer Wir haben zu mir rein gepusht Wir haben zu mir rein gepusht Ranked by the way Ranked by the way Ranked by the way Ranked by the way Weißt du, weil Dennis extra noch mal reinlust Ich finde das nicht Das war die Ash jemand dran Nee, die Ash gekillt Du hast die Benina gekillt Ja, die läuft einfach rein Ja, ist die Aufgabe mit dem Spiel Ne, du hättest echt mal sehen müssen Wie die Mute gespielt hat, die hat das echt verdient Scheißegal Du hast damit angefangen mit den Teamkills Fertig Eigentlich nicht, ich hab damit angefangen Nein, sie hat damit angefangen Nein, 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 nein Sie hat angefangen, weil sie hat angefangen zu trollen Sie hat angefangen zu trollen Ganz einfach Nein, ihr habt die Teamkills und dann habt ihr euch gekillt Fertig, dann hat sie angefangen Ja, nee, warum pickst du Mute, wenn du nichts mutest Oder drei Mit der Mute, zwei Meter Mute ist immer nur Ja Er zählt seitdem miteinander Also für mich ist das ein Troll Und das hat es einfach verdient zu sterben Ganz einfach Und du hättest den auch gekillt, wenn er das gemacht hätte mit Der pickt Keine Ahnung Nein, weil einfach eine Person weniger im Team zu haben Nein, nein Ist so ein Cancer in diesem Game Ja, okay Dann sag mir Dann sag mir wie du reagiert hättest Dann sag mir wie du reagiert hättest Wenn jemand vor deinen Augen äh Dubai Yop gepickt hätte Und die hätte nicht einmal in dem Game das Dubai Yop nicht verwendet Ja, ist doch scheißegal Ach sooo Ja, dann ist der behindert fertig, läufs weiter Ach so Okay, gut Dann, nee, dann mach das Ich kauf ihm jetzt extra Dubai Yop und dann pick ich ihn dir immer weg Und ich benutze das nie Okay, dann spiel ich Ich hab Ja, zieh es auf einmal Jetzt auf einmal, willst du nicht mehr spielen Ja, ja Ja, ja Hä? Ja, du glaubst einfach nur so viel Bullshit ist einfach nur krack Oh, der Dennis Ja, siehst du Dennis hat mir grad zugestimmt Weil ich bin gerade tun zu mit der Venina Alter Alter Ja, mal vor, wir wären 5 Leute Ah ne, ja, dann ist ja raus Ja, und ich hab sie sogar revivet Da hätten wir das Game geholt Und ich hatte 7 Kills Also du hast überhaupt gar nichts zu sagen mit deinen 4 Ja, du hast 0 Ich hatte 7 Du bist nicht, du bist nicht immer im Game Du hast 0 Das Game zählt für dich nicht mehr Fertig Ja, und trotzdem hab ich die mit 7 Kills Ich hätte trotzdem 7 Kills gemacht Und wir haben jetzt gewonnen Du hast den Win nicht gewonnen Trotzdem hab ich die mit 7 Kills gemacht in den Runden Ja, und du hast auch trotzdem nichts gewonnen Der Win zählt nicht deinem Kills zählen nicht mehr Fertig Also wenn ich die mit 7 Ja, aber wenn ich die mit 7 Kills nicht gemacht hätte Hättest du das Game eh verloren Also du hast dich überhaupt gar nichts zu beschweren